als veganer ist es gar nicht so einfach sich einen duft zu kaufen also ganz einfach in die parfümerie zu gehen oder in die drogerie zu gehen ist oftmals nicht ganz so einfach die inhaltsstoffe die eben nicht vegan sind in einem herauszusuchen da musst du dich schon ein bisschen mehr mit dem thema inhaltsstoffe beschäftigen werde dazu übrigens auch noch ein video machen und deswegen stelle ich hier eben dürfte fahren mit den kleinen leitfaden euch geben und heute ist es die 044 von laris das ist der duft zwilling zu schade von dior falls diesen duft nicht kennst oder ihn im original ist es für dich jetzt wahrscheinlich richtig interessant wie ich mit der ganzen sache zurecht gekommen wenn man sieht das schon so ein bisschen erzähle ich dir nach dem intro hallo ich bin koko vom kanal die kleine koko ich stelle hier dürfte unter anderem vor die vegan und tierversuchsfrei sind das ist mir wichtig weil oftmals unternehmen hinter diesen verfügbar stecken die es eben nicht sind und wir wollen das ja auch nicht unterstützen ich bin auch das thema duft zwillinge erste relativ spiel gekommen ich glaube im letzten jahr das ist das eben gibt das unternehmen und dürfte nachbauen können ohne die tierischen inhaltsstoffe laris ist so ein unternehmen und ich werde dir hier mal verlinken ich habe jetzt nämlich schon das ein oder andere vorgestellt da werden auch noch andere marken drin waren na also die vielleicht nicht unbedingt für duft zu länge stehen aber hier habe ich mir jetzt hat ein paar dürfte mal geholt die für mich extrem interessant sind weil sie nicht hundertprozentig für mich stehen also ich dachte immer ich bin so ein typ der nur so putrige sachen mag nicht so aufdringliche sachen mag also die nicht zu sehr nach einer sache riechen und shadow von die ist so ein ausreißer kann man fast schon sagen das ist ein absolut blumiger duft wer ihn kennt weiß was aber dieser duft arbeitet so wahnsinnig gut mit meiner haut wir haben am ende eine basisnote die hat einfach unwahrscheinlich gut der erste moment ist für mich vielleicht gar nicht so interessant ich höre ich höre ich rieche da was frisches das blumiges und das ist das interessante ich habe immer ihr wart blumig und ich also auch hier treffen sich holzige noten mit blumen noten aber es ist hier gar nicht so viel enthalten wenn man mal die kopf herz und die basisnote sich anguckt die kopfnote ist das was man ganz am anfang riecht und ich hätte niemals gedacht dass diese kopfnote beschrieben wird als ilan ilan ich habe jetzt nicht die super nase ich kann es auch gar nicht so hundertprozentig immer raus riechen wie das vorgegeben ist und bei mir ist es auch so wenn ich anderen leuten paar verkaufen gehe oder meine mutter verkaufen gehe nach einer bestimmten zeit macht meine nase dicht ich riecht nichts mehr also ich kann dann noch so häufig meine nase dann über kaffee halten sieht man ja oftmals dann auch in den drügerien dass die dann so kaffee spender haben oder so kleine gläschen wo kaffee drin ist dass du darin riechen kannst weil das hat ebenso einigermaßen neutralisiert bei mir funktioniert das nicht ich hätte jetzt wie gesagt mir gedacht dass du der erste moment den ich rieche bei shadow dass das ihr lang gelang ist die herznote ist das was als zweites rauskommt und das ist damals cese ruse und ich hätte nie gedacht dass ich ein duft der nach ruse riecht gut finde aber wahrscheinlich ist es diese kombination zu dem ilan lang was das ganze so interessant macht lustigerweise also ich bin ja nicht so ein freund der in die haare packt weil es hat eben doch rechtlich duftstoffe aber es gibt ja diesen trick in die luft zu sprühen und den kopf drüber zu halten und dieser duft riecht bei mir in den haaren einfach richtig gut der riecht einfach bei mir richtig gut ich habe einfach gemerkt bei dem mache ich das am ehesten bei jedem anderen nicht so und das interessante ist hat wie gesagt wie der duft sich bei mir entwickelt wir haben dann in der basisnote das ist also das hundertprozentige wie der duft auf dich eingeht also was sich mit deiner haut zusammen entwickelt das ist bei jedem so ein bisschen anders dann haben wir sagen jasmin sambac und sandelholz also diese holzige duft und ich war echt brav weil ich habe das gar nicht geguckt und ich habe mich ja auch bis dato nie damit beschäftigt gehabt wie die duft pyramide so aussieht daher bin ich immer davon ausgegangen ich bin jemand der braucht irgendwo ein vanille anteil weil vanille ist so ein punkt in einem duft was alles weicher macht so ein bisschen tonka und vanille kann man sagen und ich hätte wie gesagt nie gedacht dass duft der so minimalistisch daherkommt für mich eigentlich einwandfrei ist inzwischen nehme ich ihn auch als was frisches war was kleines war für mich riecht so in meiner erinnerung sauber vielleicht mag ich ihn deswegen so gerne das kann ich gar nicht sagen wir bekommen bei laris 50 milliliter für den preis von 1995 das ganze ist ein jahr halbbar aber ich kann euch echt empfehlen wenn ihr mehrere dürfte habt weil in einem jahr kriege ich kein luft leer man merkt zwar immer wenn man ein duft länger auf hat das bestimmte anteile sich verändern wenn was dann ganz doof anfängt zu riechen dann soll man es natürlich nicht mehr verwenden aber innerhalb von zwei jahren gibt es ein jahr ist innerhalb von zwei jahren kriege ich so ein duft meistens nicht mehr bin ich ganz ehrlich aber den habe ich jetzt tatsächlich jeden tag verwendet um einfach auch mal diese erfahrung zu machen was passiert wenn sich meine nase an die ganze sache gewöhnt hat nämlich ihn noch mal ich habe ja natürlich am anfang ganz stark wahrgenommen aber es bürgert sich natürlich auch so eine angewöhnung ich kenne den original duft also shadow kenne ich nicht habe ich mir nie gekauft ist inzwischen auch nicht mehr der beworbenste duft also eine zeit lang wurde der sehr stark beworben jetzt ist es ein bisschen abhanden gekommen wenn ich also er steht nicht mehr im vordergrund da wollen eben andere hörsteller eben ihre produkte auch auf den markt bringen und dior ist ja auch die ganze zeit dabei neue dürfte herauszubringen aber ich bezeichne sador schon als klassiker aus der reihe also den gibt es halt echt auch schon länger kennt ihr den duft habt ihr bereits schon mal bei laris bestellt welche erfahrungen habt ihr mit laris gemacht gerne unten in die kommentare packen ich habe ein kritikpunkt an laris wirklich noch zu machen ich habe in den letzten videos die ich auf dem kanal vorgestellt habe das partnerprogramm vorgestellt ich werde mit dem partnerprogramm nicht mehr arbeiten weil das absolut ungeschickt ist denn jeder der über meine links einkauf bekommt zehn euro gutschein was ich aber nicht wusste ist dass du mit einem bestimmten wert schon einkaufen muss das wusste ich nicht und für mich ist es ebenfalls ungeschickt weil ich keine gutschein in verschiedener höhe aus wie sagt man rauslösen kann aus der summe die ich eben durch eure links gekommen habe und das finde ich nicht gut muss ich ganz ehrlich sagen zumal eben der endverbraucher gezwungen wird zusätzlich noch zu kaufen also mir bei mir war es jetzt das letzte mal so ich habe einen gutschein von 40 euro gehabt und bin aber gezwungen gewesen noch ein drittes zu kaufen weil sonst hätte ich die 40 euro nicht eingehen können das meine ich damit ich bin jemand der minimalistisch geprägt ist ich möchte nicht andere dazu anheizen dass sie unwahrscheinlich viele produkte kaufen finde ich absolut nicht gut geregelt werde ich auch zukünftig in meinen videos nicht mehr vorschlagen es ist aber für jeden so der über sich über laris konto macht dass er eben dieses partnerprogramm auch findet da könnte zugreifen drauf ich werde es nicht mehr unterstützen wie gesagt braucht man eigentlich nur eine gewisse anzahl an dürften die man eben in zwei jahren auf brauchen kann und wenn man da noch angeheizt wird noch mehr zu holen finde ich das nicht in ordnung ganz ehrlich das ist dann auch in meinen augen nicht nachhaltig das war der einzigste kritikpunkt den ich an laris habe alles andere finde ich einfach bombastisch gut die dürfte halten unwahrscheinlich lange die lieferung ist super schnell der preis ist unschlagbar wenn man bekommt wirklich ein qualitativ sehr gutes produkt in der zeit wo ich jetzt vegan bin ich bin jetzt so fast zehn jahre vegan habe ich schon dürfte vermisst die eben diese range an entwicklung haben also kopf herz basis note diese duft pyramide hatten die dürfte die ich mir geholt habe einfach nicht mehr weil sie die qualität einfach auch nicht aufgewiesen haben und das bekommt man hat eben bei laris ich bin total überzeugt würde auch wieder bestellen aber eben nicht mit diesem partnerprogramm zusammen absolut nicht da muss ich noch einiges ändern in diesem sinne melde ich mich mal wieder ab bedanken ich bei dir fürs einschalten gibt mir einen daumen nach oben falls die mein video gefallen hat ihr wisst man aber es kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut